ein monster und die jäger versuchen das monster zu töten bevor das monster es selbst die jäger selbst führt oder irgendein bestimmtes was war das relay oder so ausschaltet können ja so ein reaktor halt reaktor kaputt macht so wie das spiel sagt der zuerst jagen die jäger das monster dann jagt das monster die jäger ja die gejagten die jäger werden zu jäger zum gejagten typische satz ich warte ja auch noch auf zwei betas ich hoffe dass ich jetzt mal an der crew beta einladung bekommt für die konsole jetzt mal auch nicht und gags manchmal ja alles klar nur bis gleich viel spaß beim leveln weil ich es mir vorbestellt habe hatte ich ja eine beta einladung auch für die konsole ich hoffe für pc er wird ja auch eine bekommen damit kommt es eigentlich geben also der nämlich drei stück bekommen oder so wenn man die erste einladung hat bekommen glaube ich alle so wie ich es verstanden er hat auf jeden fall er hat eine einladung bekommen und mit der einladung sind dann noch zwei oder drei andere kiss geschickt worden dass dann freunde mitspielen können so er glaubt was wir auch verteilt also bei mir war es automatisch in you play drin ich muss da gar nichts eingeben ich würde gerne euch für die griech spielen hey fuhrgang grüßte ich angemeldet habe ich weiß noch wie wir uns nicht gesehen haben gags ja es ist ja dieser komische verschiedene zonen und sowas ja das waren wir wollten zusammen zocken aber dann hey sergeant rex frühe ostern mein freund das war bei mir ein paar kumpels aber auch so das ist halt einfach wegen ports und nuttyp und so das sind verschiedene zonen einfach sowas ist ja auch immer auch sowas jeder ist in einer gruppe sein damit du dich halt siehst waren wir wir standen sogar nebeneinander konnte man trotzdem nicht sehen weil es einfach in verschiedenen zonen war das ja das ist das phasing wie nennt man das professionell ja genau phasing gags stand in mir aber ich habe ihn nicht gesehen aber gespürt hast du es du Sau ja genau danke dir auch wirst du niemals auch so kann sein ja weiß ich gar nicht mehr das wäre cool hätte voll bock auf das game ja schau mal ich habe jetzt hier nicht mehr keys bekommen außer ich halt direkt habe ich habe selbst auch den key bekommen einmal von euch gestern für die xbox one habe ich dann weggegeben ich finde die die nicht schlecht also mit dem monster jahr und links ja wir haben erst zwei drei spiele gespielt hast du deinen key auch weggegeben für die xbox hast du mehrere was das etwas mehrere gehabt oder einen habe ich ja bekommen von euch habe ich weggegeben und einen habe ich selbst genutzt ja von mir ich habe dir eingegeben ach stimmt du hast du bist der leonox genau den habe ich weggegeben und meinen eigenen habe ich selbst genutzt weil es am pc nicht ging dadurch herunter mehr habe ich nicht wo ist nikolaus ach da kommt der krampus und schlägt dich mit der mit der route am sechsten nicht der nikolaus jeder wer es verdient die aufforderung ist dann vielen dank ich glaube schon wieder raus laut protokoll ich glaube so geht es nicht mit uns beiden wenn wir wenn wir weiter sind dann kriegen wir keine gruppe weil wir ein bisschen noch in der suche naja aber das klappt irgendwie nicht alleine habe ich ja sofort spiel gefunden ok jetzt ist es vielleicht bei mir oder so noch mit dem zu zweit keine ahnung aber kann ja gut sein aber wir lassen wir lassen wir können ja mal diese diese musik noch mal ein anstellen diese spannende musik hier happy halloween jährlich stimmt es ist ja happy halloween hier happy halloween alle die da mitmachen an einem strang und das toll finden bin jetzt nicht so halloween hype fuzzi uschi aber das kommt vielleicht noch nächstes jahr dann wenn ich dann voll mittendrin bin und auch ein bisschen raus kann mir einige sachen holen und besorgen dann hier fett cosplay machen mit irgendwelchen gags vampire szenen und sowas hier oder ich verkleid mich zu sylvester als als chuck norris als walker texas ranger jetzt erst mal payday oh ich hab auch noch mal payday offizieller sounddack von dem spiel hier und die so eigentlich schon selbst einkaufen oder dass du da irgendwas gebracht ich krieg's gebracht ich krieg's gebracht deswegen habe ich gesagt ich habe auch red bull bestellt gehabt pc ist halloween nicht seit zehn minuten vorbei ne also halloween kommt hier aus amerika rüber geschwappt von so zu uns ist ja der gehype wir müssen ja alles nachmachen was die machen und na da ist es ja noch nicht da ist es ja noch gestern die sind ja sechs bis neun stunden zurück also können wir noch bis um neun in der früh können wir noch supergeil halloween durchfeiern hier halloween hype mit mit salzstammen mit einer auf halloween da hm ne wir richten uns doch an unsere amerikanischen freunde kannst ja auch ankommen leon jo wenn das hier in e-wolf nicht funktioniert hätte ich das tun hast du bayonetter eigentlich durchgespielt immer noch ab kapitel 10 ich hab's nicht weiter gespielt ich wollte es mal irgendwann am tag spielen oder so nicht wieder so in der nacht weißt wo keiner da ist was wir irgendwann am tag spielen haben ich hab's ja nicht geschafft in der woche früher zu kommen ich fand's ja ganz nett aber naja ja war ja interessant button smashing da ja aber ob ich dieses dieses borderlands noch weiter spiel das mich so aufgeregt mit diesem blöden hin und her springen also das war sowas von bescheuert hat mich so genervt fand aber auch es sah von dem ui und sowas genauso aus wie der vorgängig weiß nicht ob mir das aber du kannst doch in einem third person nicht so viel rum springen lassen wie in mario da von einer rampe zur anderen dann hier springen da springen wie so ein bescheuerter was soll denn das ist also hab mich echt angekost da war das war das echt was gemacht aber konsole wenn dann ja meines game habe ich ja auch schon in steam hier im möb aber es muss halt erst freigestellt auch die day one edition aber das muss erst freigestellt werden und ich schätze mal die leute die es für die konsole haben haben es bekommen da ja feiertag ist am samstag und sonntag und dann müssen sie ja spielen am montag aber ich schätze mal dass spätestens morgen schon leute spielen in twitch ne gestern um 0 uhr 1 dann haben wir aber gestern zu früh angefangen mit happy halloween das macht ja nichts das ist einfach sagen wir einfach das ganze wochenende ist halloween oder erklären wir hier das wochenende zu halloween wir werden nur noch warteschlangen simulator spielen hey das erinnert mich irgendwie an archage an die zeit hier so warteschlangen simulator jetzt bräuchst du ein bisschen bei einer weise kannst du einfach so in ruhe nebenbei an machen ich könnte doch nebenbei rally fahren ist ja auch kein problem oder sowas ja ich bin mit controller klar alles da hab ich da hier kann sie nur aktivieren alles geil tja gut ausgestattet der kerl oder wir könnten auch direkt walking dead spielen nebenbei wenn die uns hier warten können können uns voll aber lassen wo auch eben der fahre ist das sehr gerade ob wir da warten oder hier warten ist ja eigentlich eh nur zu schauen es gab ab und zu klicken ist ja was anderes deswegen verpasst ich es auch meistens ich schaue zu und pender fast ein und dann oh scheiße ich muss q q q q drücken eh wie was und dann muss ich irgendwas drücken also wie gesagt wenn du den komplette entspassen wollen ins ausbreiten möchtest musst du eigentlich irgendwo nur abspielen ja ich habe glaube ich dann noch ausgelt die Lobby öffentlich gemacht hat kommen irgendwelche Rennen so auch raus ja klar schon mit Leuten die du kennst mit denen du dann im Rektor oder der Teams ja dann vielleicht ja um ihr seid dann wird das glaube ich ein sei doch froh dass du einschlafen kannst ich habe immer Probleme damit ich habe immer Probleme erst mal Bartkratzen dann tun 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 ich müsste gleich mal bei pinkeln jetzt ich mache das dann werde spielt nicht während der Schlange viel besser wahrscheinlich in einfacher pinkeln kann ich mit der chatten hier wir kommen hier in der chat im spiel bei mir geht es auch nicht mit der NDR keine Ahnung aber ich gehe jetzt mal ich glaube ich gehe jetzt pinkeln einfach so so ganz knallhart das muss ja nicht annehmen drücken erst mal Pipi Simulator anmachen aber warte jetzt kommt Searching jetzt kommt Searching nein nein oh mein Gott als ob das kommen würde dann haben wir jetzt gewartet na doch scheiße dann doch nicht geh doch aufs Klo wenn da fliege ich so wie sie fliege können sie sowieso wieder raus na gut bis das reinlädt bis das reinlädt komm gleich ja erst mal zum Klo Humpel dum 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 auf geht's oh je 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 aufstehen alter Gags oh meine Füße 억 leon ja was deiner lieblingskarte bei Ped ok wo auch nicht ich weiß nicht ich glaube Wachrunde ist ganz cool das sind ja diese 3-Tage-Missionen das geht ganz gut ab aber auch die Sachen die halt gut Bargeld bringen was jetzt nicht so also zogst du Payday 2 oder was? und so halt? ja ja das habe ich auch der Playstation 3 gehabt damals das habe ich nämlich weil Payday 2 kann ich mir immerhin nicht kaufen ist ja eigentlich ganz cool Payday 2 aber Payday 1 habe ich auch echt gerne gezockt war halt noch auf der gab es demletzt auf Steam kostenlos ja ich weiß jetzt 3-4 Tage ich habe so schon länger der Gegend kommt ja wieder ich weiß jetzt alle ganz ruhig machen dass wir nicht mehr da ok oh ne jetzt kommt ein Wachmann was ist Horde Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms ist das war ein Leben auf Montag fängt bei mir Schule an bei aber mir geht es auch weiter wenn mit Halloween ist so sie hat Leon nur eine Hälfte Süßes stimmt Keks auf einen Hälften im Komplett wunderbar so wird erst mal wieder hättet reinpopeln Hälfte Connection to your station has been lost dieses Jahr ein Wunder das ist ja was ganz Neues jetzt aber schon geil hier jetzt höre ich dich auch wieder so äh hunting season beginnt February 10 ich bin hier nochmal kurz alleine ob es geht da wisst nur wer der Schuldige ist mach das du mal dieses komische Rack von da oben und dann würde ich das sehen hier so am 10. ich hoffe ihr habt mein Versuchwort nicht gehört die Wolfen raus überhaupt nicht nee nee soll ich verfolgen wir haben auch nicht zu dem Zeitpunkt gesagt wir machen jetzt so als wärst du nicht als wären wir nicht mehr da achso was ja du hast gesagt zu äh zu Halloween gibt's Süßes da hab ich dir nur was passendes gesagt sowas hörst du ja nicht gerne also wiederhole ich es nicht komm schon fokussier doch mal Kamera hier hör dir fokussieren so an ist man muss doch du Polo sehen hier sonst kriege ich doch Ärger das ist sowas er muss doch die Schleichwerbung eingeblendet haben ja 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 echt Geld mehr genau sonst gibt's Geld mehr von Gerrero sonst gibt's nicht noch mehr äh das kommt das Minus auf dem Konto wird ja dann besser das ist ja nicht gut darf ja nicht sein so achso der macht über den macht sich über einen Namen lustig hier Leon King, Leo Seat Leon Seat Leon ist mein Auto von daher echt? ja 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 dann passt es ja damit trollt ihr dich ja damit nicht grrrr Leon der Profi ne Kellogs Leon sehr viele das ist halt ja ist ein Lion und nicht Leon aber naja also das Spiel ist doch Pimmel ins Gesicht mit dem Suchen also ohne Scheiß also kommt schon und dann gehst du da rein läufst da rum als so komischer Chaos Monster Hunter ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ich bin ich bin dort nicht amused ich mag Und ich...